Hallo und herzlich willkommen beim Hamburger SV Nachrichtenkanal. Hier finden Sie alle neuesten Nachrichten und Analysen zu unserem geliebten Club, direkt und ohne Umschweife. Wir möchten Sie auf dem Laufenden halten und freuen uns über Ihr Gefällt mir. Lassen Sie uns direkt zum Thema kommen. Der Sportgerichtshof des DFB unter dem Vorsitz von Stefan Oberholz hat den Antrag auf Befangenheit gegen den benannten Experten Jean-François Naut als unbegründet abgelehnt. Im Fall von Mario Buscovic vom Hamburger SV haben die Anwälte des kroatischen Nationalspielers einen entsprechenden Antrag gegen den kanadischen EPIO-Spezialisten eingereicht. Es gibt keine angemessenen Gründe, um das Misstrauen in die Unparteilichkeit des abgelehnten Experten zu rechtfertigen. Aus objektiver Sicht ist die Teilnahme des Experten an der WADA-EPIO-Arbeitsgruppe nicht geeignet, seine Unparteilichkeit in Frage zu stellen, rechtfertigte die Entscheidung des Sportgerichts. Sven Voss, Leiter des Doping-Labors in Kreischer, der die Probe von Buscovic analysierte, und Naut gehören einer Arbeitsgruppe der WADA an. Daher wurde der Antrag gestellt. Laut DFB muss auch berücksichtigt werden, dass die Prüfung und Auswertung einer Analyse zur Detektion von exogenem EPIO im Urin nur von einigen weltweit angemessen qualifizierten und analytisch erfahrenen Wissenschaftlern durchgeführt werden kann. Es ist daher offensichtlich, dass nur diese Experten die Bestimmungen der WADA und die dort entwickelten wissenschaftlichen Methoden ausreichend professionell und zuverlässig handhaben und angemessen bewerten und bewerten können. Buscovic steht im Verdacht, gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben. Exogene Erythropythin, EPO, wurde in einer am 16. September 2022 gesammelten Doping-Probe festgestellt. Aus diesem Grund hat das Sportgericht des DFB ihn am 15. November im Rahmen einer einstweiligen Verfügung vorläufig gesperrt. Die Analyse der B-Probe bestätigte das Ergebnis der A-Probe Mitte Dezember. Buscovic bestreitet jegliches Fehlverhalten. So, das war unser Video für heute. Hinterlassen Sie uns gerne in den Kommentaren Ihre Meinung zu diesem Fall und abonnieren Sie unseren Kanal, um keine Neuigkeiten über unseren Hamburger SV zu verpassen. Vielen Dank!